Nachhaltige Lebensmittel Wusstest du, dass 2,5 Millionen Tonnen Lebensmittel jedes Jahr in Deutschland verschwendet werden, weil sie nicht rechtzeitig verkauft werden? Ein Supermarkt schmeißt fast jeden Tag einen riesigen Container weg. Wusstest du, dass verarbeitete und aufwendig verpackte Lebensmittel das Klima und die Umwelt mehr belasten als frische Ware? Außerdem sind sie auch nicht zu gesund. Lebensmittel sind nachhaltig, wenn sie nachhaltig angebaut werden und fair gehandelt werden. Ihre Herstellung hinterlässt keine bleibenden Schäden in der Natur. Die Menschen, die beim Herstellungsprozess beteiligt sind, werden fair behandelt. Was kannst du tun? Saisonales und regionales Essen kaufen. Du solltest nicht alles wegwerfen, denn ein Drittel der weltweiten Lebensmittelproduktion landet auf dem Müll. Außerdem besteht die Möglichkeit, unverpacktes Essen einzukaufen. Dazu bringt ihr einfach eure eigenen Gefäße mit. Ich kaufe Bio, weil ich gesundes Essen haben möchte. Außerdem gibt es in der ökologischen Landwirtschaft keine Massentierhaltung. Aber ich kann nicht sagen, dass sie nachhaltig sind. Vielen Dank.